Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? Ach, guck mal, wer da unten ist. Jeder Politiker. Natürlich. Ich wusste es. Du musst nichts erklären. So. Schlaf gut. Scheiße. Ist doch nicht möglich. Verdammt nochmal. Ach, der kann laufen. Katharina. Haben Sie... Ha-Cesare? Nein. Mein Name muss immer noch etwas bedeuten. Ich blieb... ...verschont. Sooo... ...du bleibst nicht verschont. Hast du noch irgendwas für mich? Merci, Buko. Oh, ich stöhne doch nicht so rum. Wag es nicht. Nee. Oaaaah! Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha. 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 Filio de podana. Tu so etwas nie wieder. Tuch. Ha-ha. Ach, herrlich. Ich wollte das gerne nochmal tun, das war so lustig. Dich. Dich kriege ich. Der ist hinüber, da oben ist noch einer, aber der interessiert mich gerade nicht. Es wird von dort drüben geöffnet. Ja, die setze ich aber jetzt dann mal besser hier ab. Tja. Verkackt, Junge. Der Hauptmannsatz. Ja, passt ihn! Ja, komm her! Und drehen und kurbeln und drehen. Ich darf hier nicht zu weit vom Ziel entfernen, das ist natürlich auch scheiße. Da oben, wa? Oh, Bekanntheitsgrad ist gesunken. Schön. Kurbel, 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 kurbel. Komm her, mein Schatz. Ich trage dich auf Händen aus dieser scheiß Burg aus. 50 Prozent nur, äh, ärgerlich. Naja, was? Schnell, Ezio. Reite über die Brücke. Ich decke dich. Hüter von Furli. Katharina bei ihrer Flucht aus der Engelsburg zum Pferd. Das kostieren. Attentatserie auf mindestens fünf Wachen schaffen. Ach, du Schöss. Aspett. Andiamo. Komische Erscheinung. Haltet ihn auf, Lohn! Attentatserie. Wir holen uns den Bastard. Zuschlagen. Okay. Nein! Ach, scheiße. Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hierbleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück. Sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Yeah! Alter! Alter! Ach, ich wusste... Ach, du Scheiße. Nein! Nein! Ach! Ich muss die killen. Doch! Ach, du Scheiße. Einen Schluck Kaffee hilft gleich. Tschau. ①①②②①⑽⑤⑏⑦④②④③⑹④④⑤④⑹⑲⑤③④⑰⑤⑦⑘③②⑤③⑽⑧⑦②③⑯ Ah! Ah! Alter, geht hier schon ab! Alter, das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals. Alter, wie soll ich das? Was war das? Achso, ich muss nicht die Zeit mehr überstehen. Nell, du rückst zum Castello! Ja, die mache ich aber noch Platz hier. Oh, da werden immer mehr. So, jetzt aber weg hier. Arschloch. Über die Dächer verschwinden wir jetzt einfach mal. Wir fallen zurück. Schnelle, Brüder! Da, pack den! Äh, fuck, 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 fuck. Nein! Ah, da kriegen wir schon irgendwie hin. Das geht, was meine Galerie zu bieten hat. Wow. Lasst euch nicht täuschen. Ich bin nicht da. Ah! Arschloch. 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 Jetzt! Auf ihn! Na, hoffentlich werden es jetzt nicht immer mehr. Ja. Scheiße. Boah. Das war mal heftig. Ah, Blut. Güchtiger Gott, was für Fächt hier hast du erschaffen. Das war heftig. So, jetzt will ich mal ganz kurz. Wo ist der Penner? So, Bekanntheitsgrad ein bisschen verringern. Weg, Kumio. Ja, wirklich. Er wird sich noch etwas grüßen. Großer Abverkauf! Servus. Ähm, ich möchte gerne investieren. Alter Schwede! So, wunderbar. Ein anderes Mal. Joa. Oh. Ich mach mal ganz schnell die Fliege hier. Eieiei, so. Jetzt gucken wir mal eben. Puh. Wo ist denn Labanko? Da ist Labanko. Oder ist hier noch ein Labanko? Nein, da ist ein Labanko. Neh, mal die Labanko. Die haben nämlich gerade jede Menge Kohle gekriegt, habe ich gesehen. Wo kommt er her? Ach, du Scheiße. Du wirst nicht entsehen. Wo kommt die jetzt auf einmal her? Gibt's doch ja, ne, ne, ne. Spenner. Gegen Pferd habe ich keine Chance. Jawohl. Ich muss nach Hause. Oh, ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Ich habe mal Glück gehabt. Ich muss meinen Bekanntheitsgrad verringern. Äh, hallo. Oh. Scheiße. Das gibt's doch nicht. So. Na, endlich. Zack. Minus 25%. So. Jetzt hoffentlich kriege ich jetzt keine Probleme mit Wachen hier. Weil die gehen mir langsam richtig um Zeiger. Ich will doch nur zu Wanko. Kann man eigentlich nicht mehr... Oh, 500! Aber dafür werde ich nicht mehr besucht. Und da ist die Wanko. Nein, im Sinn. Geld abheben. 40.000! Genau! Kohle! 4-4-7-4-4! Geil! Äh. Ich, ähm, ja. Ich habe gerade hier doof. Gerade keine Uhr. Ich wollte mal kurz gucken, wie viel Uhr es ist. Äh. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Gefühlt in fünf Sekunden. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Das heißt... Ich werde jetzt noch mal gucken, dass ich... Äh... Ich wollte eigentlich hier so alles noch, äh... Fertig renovieren. Jetzt auf einen Schlag. Aber ich glaube, das wird nix. Allein schon wegen diesem scheiß Wahrzeichen hier. Hm. Tja. Wobei, ich kann ja mal gucken, was der Scheiß kostet. Da. Toll, das bringt sie auch. Rechts, links, links. Was ist denn da hier für ein Wahrzeichen? Ne, eh. Ach, das ist ja günstig. Ach, das Mausoleo de Augusto. Okay. Meins. Very nice. So, dann können wir nämlich auch parallel dazu noch hier den Schneiderlein renovieren. Ist das da unten, gell? Ach, dann ist fertig. Ja, da war was. Naja, dann schnapp ich hier wenigstens noch den Schatz, der da oben irgendwo lag. Mein Schatz. Ja, der hier, oh, hier ist er. So, und mit dem Weinrauch, äh, Weinrauch, äh, Weinrauch, verabschiede ich mich dann auch für diese Aufnahmesession mal wieder. Wir hören uns dann beim nächsten Mal im nächsten Part. Bis gleich oder bis nachher oder je nachdem, wie es läuft. Tschüss. 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 Tschüss.